Zufall Zerg Zufall Zerg Zufall Zerg Zufall Zerg Zufall Zerg Zerg Zufall Zerg Die Drohne ist rausgefahren, ne? Und noch keine Echse. Die kommt jetzt gerade zu mir, die Drohne. Die empfange ich schon. Kommt erst der Kern. Du bist angegriffen oben. Bin ich tot. Hier, achso, das ist die Drohne. Irgendwo ist aber trotzdem noch irgendwas. Bei dir. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier steht nur ein Overlock. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mein Overlock holt sich. Was baut denn da hinten? Boah, das ist doch cool. Da können wir eh noch mal rein scouten. Oh, bei mir sind Dinge. Ich hab gar nicht gesehen. Wir müssen deine Katte mal umweilen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Mal überlegen, ob ich noch einen Hype in Roach Twitch reinsetze. Kommt vor. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Wir müssen zusätzliche Typen bauen. Wir brauchen Mineralien. Sehr weise. Wir brauchen Mineralien. So los. Da kommen schon. Da kommen sie. Auf. Nur einer. Das ist doch gut. Warum beschädigt er mich? Wenn er nicht so gut ist. Die Linke muss... Entschuldigung, ich bin die Linke, du bist dann hoch. Ich habe noch mehr Linke hier oben. Ja, das ist schon fast gegen Bane, ich werde nicht befreien. Ich bin hier in der Mitte. TjG, ich habe den hier bei Diego weggemacht. Sehr schön, ich habe von einerlei von alles weggefightet. Das war noch ein Platin Spieler. okay der eine war meister irgendwann mal erreicht ja zu wl zeiten ja ich glaube auch da war ich okay der meister ich nicht ja die gold spieler ich habe aber ich habe auch glaube ich nicht wirklich online gespielt für nicht ohne erzeugt 237 apm vielleicht nicht schlecht das ist nicht schlecht aber kommt wissen 194 auch nicht schlecht außer dass er auch ganz schön viel am ende richtig richtig jetzt kommen dieselben noch mal genau auf der gleichen map oder oder wenn wir ordentlich weg gepusht wir schon wieder die wollten uns ja pushen aber daten sind halt nicht so die mich später so gepusht ja und wahrscheinlich jetzt eher hat er mir geschrieben hey look jetzt das kaks es sind die schwänze was kaks genommen koks eigentlich koks keine ahnung was kaks sind ich weiß nicht was er mir geschrieben hat ich habe noch nicht geguckt also ich habe ihn auch ganz langsam noch mal in seinem sprach jetzt also nicht sparen also schreibt ja anscheinend geschrieben das habe ich nur mitgekriegt wo ich jetzt gerade schreiben wollte ja kommt auf jeden fall der pool schon das was gar der pool steht bestimmt schon der fall aber wir haben auch nicht gescoutet ne immer kann man die linge bei mir ist das glaube ich habe sechs und wird zu dir hoch jetzt sind dass das zweite gas jetzt erst ein bisschen spät mein freund der cloud wird mir jetzt heutzutage abgehen ich habe schon ein paar linge zu mir kommen also ich brauche dann wahrscheinlich deine unterstützung ich habe schon ein paar linge kein problem noch kommen keine gegner es schon dinge die mänin ging die mänin ging ihn mehr lä Admifahren Was baut er denn? Vier Gator. Vier Gator ist schlecht dagegen. Ja, es wird ein Vier Gator. Keine Robo, kein Nisch, kein Flieger, kein nichts. Oder was? Jetzt kannst du dich noch alleine verteidigen, Pastor. Jetzt kann ich dich noch alleine verteidigen. Außer es kommt zu viel. Nö, der hat nichts. Die Nacht kommt ja gar nichts. Flieger. Die kommt zu spät. Und jetzt kommt er eigentlich schon los. Ich dachte, meine Sonne hat es erwischt. Ich habe alles mitgenommen, was ich sehen wollte. Lassen wir uns in der Mitte. Ja, dauert aber mir noch ein bisschen. Ich muss nochmal ein Gate bauen. Und hier kommt die Linke. Aus Hilfe? Hier ist man zurück. Ja, geht auch zurück. So, jetzt kommt Swap Prison. Das Swap Prison baut zwar noch ein bisschen, aber das passt schon. Auf dem Toss. Ne, aber dann machen wir uns. Zerk weg. Machen wir uns. Zerk weg. Stalker? Ach ne, äh, nicht Stalker. Ja, wisst schon. Woid Grey? Das Woid hole ich mir. Ja, da. Wart mir rechts weg. Und noch den Zerk-Eko. Und noch den Zerk-Eko. Komme. GG. GG. So, da wurde jetzt drangehängt. Oder war da jetzt drangehängt, oder? Das war jetzt drangehängt, genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in der Endcard. Oder was hat er geschrieben? Sag mal. Ah, 1 gegen 1 gegen mich hat er geschrieben. Ach so. Also dann, Endcard. Ja. Tschüss. Bye, bye. Und das sind wir auch schon wieder in der Absperre. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Und würden uns freuen, wenn wir morgen wieder bei uns einschalten. Werden nichts verpassen. Wir können natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr dann ein anderes Bike von uns. Und unten rechts ein StarCraft Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein. Und tschüssi. Eure Muttipermando. 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 Eure Muttipermando.